Mitarbeiter mit Familie haben oftmals besondere Herausforderungen. Wir geben einige Impulse, ihre Mitarbeiter darin zu unterstützen. Den Bedürfnissen von Mitarbeitern mit Familie sollte in Zeiten des Fachkräftemangels besonders entsprochen werden. Gerade für Fachkräfte spielt die Vereinbarkeit von Familie und Karriere oft eine große Rolle. Mehr Geld bedeutet aber nicht zwingend bessere Konditionen oder Möglichkeiten für den Mitarbeiter. Gezielte finanzielle Hilfe kann hilfreicher sein als ein höheres Bruttogehalt. Eine Erholungsbeihilfe, Einkaufsgütscheine, Fahrtkostenzuschüsse, Freistellungen ohne finanzielle Einbußen, verbesserte Vorsorgemöglichkeiten, Betreuungszuschüsse oder anlassbezogene Zusatzzahlungen sind hier nur einige der denkbaren Möglichkeiten. Eine in Teilzeit arbeitende Mutter mit Steuerklasse 5 ist mit einem Betreuungsgeldzuschuss oder anderen netto wirksamen Leistungen weit mehr geholfen als mit einer klassischen Gehaltserhöhung. Auch die jährliche Zahlung einer Erholungsbeihilfe wirkt sich positiv auf die ganze Familie aus, da hier neben dem Arbeitnehmer auch die Ehegärten und Kinder etwas bekommen können. In vielen Fällen geht die monetäre Unterstützung ihrer Mitarbeiter nicht ausschließlich zu Lasten des Arbeitgebers. Die Entlastung des Arbeitgebers reicht von steuerlichen Vorteilen über Wäseschussung bis zur gänzlichen Kostenübernahme. Sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater über mögliche Modelle. Sie können zudem eine Beratung bei den Arbeitgeberservicestellen oder der Wirtschaftsförderung wahrnehmen. Sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater Sprechen Sie mit îl about playing.